Musik Zum Glück haben wir da mal hoch Da die Truhe müssen wir uns gleich holen, wir müssen ja ekelhaft noch mal rein Ähm, wo war jetzt der Tempel, war das der? Nein Äh, dann glaube ich war das hier der Könnte gut sein, dass es der war, ne? Immer herein Etwas zu trinken Jetzt finde ich Das scheiß Gasthaus, ist das euer Ernst? Mach mich von da Ne, das ist doch der Tempel Wo es die besten Heilungen im Land gibt Haha, dann kommen wir als Spe... Kostet das auch noch mal mehr Willkommen in der Gilde des Wassers Es ist nicht die Heilung Alles muss ich immer suchen, ne? Vielleicht liegt es daran, weil ich mir das nicht merke, aber Das ist ja auch jetzt ein anderes Thema Naja, das ist nur so ein komischer Tor Hinten liegt aber noch Gold rum Ah, und das Gebäude... War das nicht das? Ich glaub schon, ne? 1062 Gold nochmal gemacht Sehr, sehr gut Gut Komm hoch, komm hoch, komm hoch Na, schaffst du's nochmal irgendwann Na, da haben wir gleich zwei Quests fertig Finde ich gar nicht so schlecht Nein, ist es auch nicht Solange dann wird's auch immer teurer, die wieder zu beleben Komm, der ist es doch jetzt Hier war ich noch gar nicht Hier war ich noch nicht Hier passiert nix Hier passiert nix Hier passiert nix Weiß ich nicht, wofür das ist Hier passiert nix Das war auch nicht der Turm, ne? Aber es wird auch einfach nicht gemerkt Immer herein Etwas zu trinken Nein, das war jetzt das Letzhaus Und jetzt find ich wieder das andere, nicht? Ey, das ist doch Das ist doch alles Bisschen blöd, Mama Wo ist denn die Karte dafür? Das ist die Desert Und hier haben wir die Okay Zum Stall, zum Tempel, zum Tempel Wir müssen die sechs nehmen Okay Habe ich mir noch nicht gemerkt Aber gucken wir uns gleich nochmal an So Guck mal, so sieht das aus Und Hier sieht es genauso aus Und die sechs Okay, also die da hinten Der oder der? Der oder? Der oder? Die beste Heilung, die man für 200 Ja, 200 Nein, das ist kürzlich hier für 40 So ein bisschen Leben heilen 41 Gold Niemals Jetzt zum Stall zurück Müsste hier gewesen sein Ja Dann können wir eigentlich nochmal reingehen Und jetzt die Zwerge alle wieder fit machen Und natürlich die Schleime nochmal versuchen Wenn sie hier so einen Stab bekommt Weiß ich nicht Weiß nicht Weiß nicht So gut wie neu Ordentlich Tränke bekommen, ne? Mal schauen, was wir damit noch schon alles Schönes machen So Das ist nämlich ein Stabes Feuer Es ist eigentlich ein Stabes Feuer Dann kann sie nämlich auch Feuerrauch ballern Du machst den hier Der noch nicht ankommt So Und jetzt kriegt er volle Leute hier Ja, und damit geht das doch Ha Sehr einfach würde ich sagen so Das ist eine gute Taktik So Somit machen wir jetzt auch Ich finde das immer schöner Wenn man das so Wie man das ja eigentlich soll Clubs alle weg machen und so Ähm Für den nehmen wir jetzt aber nur Ihren Stab weg Die will ich nur für die Größeren Können Äh Für die größeren Clubs haben Überhaupt kein Problem Überhaupt kein Problem Oh Oh jetzt Für die sollte der Stab aber mal wieder rein Ähm Rausgehen Nochmal speichern Speichern Und wieder reingehen Hier den größeren Stab anlegen Und jetzt Äh Den Blob da hinten triggern Ähm Ich weiß noch nicht genau Ob ihre Zauber hier was bringen Für Magie doch bestimmt auch, ne Ja Komm Sie müssen kommen, ja 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 der haut wesentlich besser rein so Schon nicht schlecht Äh One Hit Das kann nicht sein Mit einem Schlag Komplett weg Dafür machen wir den aber jetzt hier Und nämlich den Zack Und Und Du könntest ja eigentlich mal Vielleicht mal heilen Ah gut ich weiß jetzt nicht was davon Der Heal ist, ne Ja Und du heilst nämlich jetzt Und du heilst nämlich jetzt Oh Jawoll der ist perfekt Einmal Feuer noch Ich bin unglaublich Ich bin unglaublich Ich hab ja auch noch nicht gehört den Spruch Von ihr Aber sie scheint sehr überzeugt von sich zu sein Boah ist auch nicht schlecht, ne Das tut echt weh Und wie viel Aufladung hat da ein Stab noch 24 ok Die sind aber nicht ganz verkehrt so, ne Die Stäbe so irgendwie Und da ist der Zauber auch nicht so Verkehrt den ich doch noch lernen konnte da Es ist halt manchmal so schwer zu errechnen Berechnen Kommt da ein Schuss manchmal rein und die sind komplett weg Ich finde das manchmal echt schwer Ja Magisches Pauge Die kann hier Heldentum aktivieren Schon wieder! Schon wieder mit einem Hit komplett weg Es kann doch nicht sein Aber gut, sie hat auch nicht viel Leben gehabt, ne Hier Ja, wieder ihre Bass reinmachen Ähm, jetzt einmal speichern Müsste kommen Er hat den Stab noch nicht mehr drin, ne Was soll das denn? Äh, speichern Da kommt der Müsste Umdrehen Warum ist das denn jetzt? Das war doch gerade eben noch ein noch ein blauer, oder nicht? Wo hat sich der blaue jetzt verlaufen? Zumindest nicht, solange nicht beide kommen Und der mich jetzt nicht mit einem wieder weghaut Ist das doch in Ordnung? jeden fall ist das sind ganz schön schwere das ist nicht ganz so leicht hier oft auch mit glück zu tun hier bei den clubs gerade über den jetzt sind wir hier ihren start wieder raus machen das nur mit sein wenn die feile treffen würden ich glaube dann wird man die recht schnell wegbekommen jetzt hat er auch gleich keine mana mehr unschön weil ich auch keine aber kümmere dich drum so alle einschläge meine ich ne von außen nichts das ist jetzt nicht so schön weil ich nicht weiß ob unser starb dafür noch langt und seine mann er hat noch einen trank das ist gut wie kann ich den hier wieder anlegen müssten die den eigentlich schaffen hoffentlich ohne dass jemand drauf geht das kann doch nicht sein minus 10 sogar über den tod minus 10 alter auch ja hatten den fast weg und den grün auch die komplette seite fertig auch noch gar nichts getroffen okay ist doch in Ordnung ohne dass der rote mitkommt ohne dass der rote mitkommt wäre ganz gut ich den vorweg schaffe komm müsste weg sein jetzt einen noch jetzt hat er keiner doch noch geh doch weg jetzt kann nicht sein kann man denn so viel pech haben hier muss sie den stab wieder reinsetzen und hoffen dass der jetzt down ist bevor der hier ist das ist ein kritz was sie da reinhaut das gute ist es aber weg das ist schon mal wichtig noch 23 laufladung was auch nicht verkehrt ist den sollten wir jetzt einfach so weg bekommen ja schon mal gut speichern wenn du fire aura und scharting hast du sehr helft wenn du fire aura und scharting hast du sehr helft ich kann aber dann mal gucken aber er hat er hat das eigentlich nicht er hat hier bei feuer hat er nur fackel und das bringt uns nicht wirklich was müssen auch noch finden der den drang finden der die mal wieder klar macht und wenn dann müsste ich doch mal wissen was für ein trank welcher welcher trank war denn das wo habe ich den hingepackt schleim wunder heilen lebung heilen fluch entfernt trinkflasche essence des intellekts wird kurzfristig aktuell ver-gust ähh 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 ahhh Okay ähh mhm ähh ähh ich jetzt in die nächste stadt und kauf mir das wenn i answer in german do you understand that or only in english i think i buy it only english of course my english is not the best or maybe i should buy do you know in which town i can and can buy wohin soll es denn gehen fünf tage kurz mal gucken wo ich den finde so i like the german language so sometime i come just to listen to it you can get it okay das passt ja wenn wir hier and you like german language okay wohin soll es denn gehen muss man auch sprechen vor wohin soll es wohin soll es unsere reise ja wir kommen in der feuer gilde feuer aura vor allem plant eine waffe ohne besondere fähigkeit mit einem magischen feuer you mean that one if you can't find spare you can always look at andrews and see if they sell a weapon within the material and change like a eyes of light bring yes but i have founded yes it's temporary but allowed you to fight those with bow or melee ah bow too that's nice so let's try it again yes 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 dass sie ein stronger tune hallo ihr wollt arena was machen wir das machen wir kurz einmal wo nach riecht es denn hier ob ich meisterschaft es sind sie ja ein little bit too strong soll mich das jetzt da wir sind mit zu stark die sind mit zu stark ein niedriger machen wir ihr wollt reisen es gibt wonach riecht es denn hier die sollten wir schaffen Oh, ich kann es versuchen. Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte da auch nicht rum. Ich wollte doch nur auf den. Der war gut. Auch gut. Den noch schnell weg machen. Da. Da. Da war das schon alles. Erst mal raus aus der Ecke. dann mit ihm die hier mal machen und zwar auf ihren bogen aha jetzt können wir aber hier mal sehr schön jetzt ein funkenflug er war gut zombie was hast du noch wenn ein bisschen weiter weg gehen ich glaube jetzt gleich weg der haut schon mal ab das gut schaffen wir dennoch aber dann dran ist es nicht ganz schlimm warum stimmt jetzt der hiel direkt wegen der tante das ist zu nah doch wir haben einen hieltrank perfekt und jetzt hochheilen sehr schön sehr schön sehr schön dazu nicht auch mal stehen bleiben geht ja nur auf den hiel 30 schaden gemacht das war schon 20 schaden gemacht ist die waffe noch verzaubert das geht also nicht ganz so lange nein ist doch nur noch ein schuss jetzt die anderen kriegen wir hier in der ecke weg denke ich mal wir können aus der kasse den nation und alle setz haben feinted und will view them all over time ah okay it's nice it's nice i die schießt einfach nochmal war das schon alles ja viel hat er noch oder auch nicht mehr viel schaffen wir noch schnell noch den weg machen und jetzt volle leute auf den vielleicht ziehen wir hinten noch voll was hat er erkrankt oh nein erkrankt ist gar nicht cool da habe ich noch nichts gegen da müssen wir aber ein bisschen mana sparen jetzt für die clubs gleich dass wir die noch weg schaffen ah ich wollte noch auf hab ich nicht mehr geschafft ich wollte zum ersten mal auf die zamys treffen würde mich auch mal interessieren so jetzt können wir das mal ausprobieren auf ihren bogen hätte ich das gerne und wenn es möglich ist auch auf ihren bogen k hä hä wo ist sie jetzt darauf gegangen ich kann das nicht alles klar kein platz mehr hast du das jetzt hast du es jetzt und aber nicht mehr von ihr kann das sein dass es nur auf eine waffe geht vielleicht ach guck mal jetzt hat er hier unten schaden zugefügt das war schon mal gut aber was bringt ihr denn mehr wenn wir das nun mal auf die andere waffe machen von ihr aber die schaffen wir hoffe nur dass sein mana hier noch ausreicht hälfte noch hälfte noch bogen macht macht er jetzt von beiden denn ne der ist nicht geht immer nur einer glaube ich ne aha zwei bis zwölf auch ganz schön viel ne kann ich ja sein auch noch hoch machen rein theoretisch ja what a party bested you shoes uh i choose a bori clerica a heal um where can you see it that's why here a mage and bogenschützer bogenschützer bogen schützer Kann man das irgendwo sehen für dich? Wenn nicht, there is a Rory and my heal, mage and that one. Yes, and one person with both. Do you understand it? Yes. Okay. 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 Der einzige Problem ist, dass ich einen Thief zu defuse den Traps habe. Das Spiel ist eine Promotion. Das Spiel ist eine Promotion. Ah, okay. Das wird's nice. Hallo, ihr wollt reisen? Ja, das will ich doch gar nicht. Wo kann ich denn hin? Oder was muss ich denn? An welchen Tag kann ich dann wieder zurück in die Stadt? Wieser kann, wenn du stress mit Telekinesi, Earthmagic, dann Ager kann lernen diese Trap. Ja, aber für Earthmagic, es dauert etwas Zeit. Ich habe gelernt, aber ich muss die nächste Level auf Erger sein. Ja, ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Hallo, ihr wollt reisen. An welchen Tag komme ich denn jetzt nach, ähm, zu der Wüste zurück? Äh, reisen. Warte, reisen, dann kann ich ja von Harmondel zu Fuß kann ich da nicht hin. Ich komme da gar nicht mehr zurück. Ich muss also von da sowieso. So, okay. Dann kann ich mich da noch ein bisschen ausbilden. Hallo, ihr wollt reisen? Hm? Es geht so... Ihr wollt ausgebildet werden. So ist es richtig. Ähm, reparieren. Oh, weiß ich noch nicht, ob ich das mache. Schild, Schwert, Bum. Hm, 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 hm. Schwert könnten wir noch einmal höher machen. Genau, nun müssen wir mal Schwert schauen. Ähm, hm, 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 hm. Oh, nee, hm, 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 hm. Ähm, ich wollte das für das, das habe ich getan. und die andere, uh, I have to do Körper Experte nicht die Asche promotion nice yes of course and I sing for the warriors to too hard for me now ach so das war die spieler quest streitkolben experte wie weit bist du mit einem streitkolben auch noch nicht viel weiter kann man mal kurz proviant kaufen bitte sehr so 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 ich wollte noch mal ein zauber wollte ich so 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 willkommen in der gilde der seele seelengeist der zauber verwundert der gegner in dem du versuch die verbindung zwischen körper und geist zu schwächen so versuch der zauber 10 punkte ok auferstehung nicht auferstehung so so now my stats of bardi are 6 Air water spells are overpowered later game, but take a while to get access to them. You can help this by the followers that can cast spells for you. Ah, followers, I choose to. And a Masterfly, yes of course, like it. However, I still take Z1. Z1. This one is for more money. First, I can find a Master, okay. Maybe I look later. Yes of course I love it. And a Masterfly spell. Hello, you want to travel? Where do I go? Where do I go? Where do I go? Where do I go? Black Desert can I am Mittwoch? Yes, Town Portal. For example, I need water, of course. I think I only need one more point in water, so I can get the next level and learn the spell. Okay, so. Okay, let's go. 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 Well, it's not today. Donnerstag. Warten wir bis Samstag. Yes. That is what I mean. Ah, Luft. Ah, okay. Okay. Aha. The Air Master should take some time. Und, und, und. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. The shift am Mittwoch. Das ist ja auch nicht demnächst. Yes, but I think I want to get more money and experience. So, I choose that follower. So, I choose that follower. Ihr wollt reisen? Es geht so. 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 Es geht so.